Herzlich Willkommen bei der Top 100 Selektion bei Perl TV. Sehen Sie jetzt ausgewählte Spitzenprodukte für Sie als anspruchsvollen Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer, und heute für Sie in der Top 100 Selektion die besten Überwachungskameras. Weil gerade das Thema Sicherheit, das Thema Überwachung, das ist ein sehr aktuelles Thema. Und darüber müssen wir auch einfach mal sprechen. Das Sicherheitsbedürfnis, was wir auch haben, ist mittlerweile sehr, sehr hoch. Und es passiert ja so viel in der heutigen Welt. Wir lesen es immer wieder, wir sehen es natürlich dann auch in den Nachrichten, in den Medien. Und vielleicht wurde bei Ihnen ja sogar schon mal eingebrochen. Oder Sie haben jemanden im Freundes- und Bekanntenkreis, bei dem vielleicht sogar schon mal eingebrochen worden ist. Dann wissen Sie, wie schrecklich das ist. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das wünscht man keinem. Man fühlt sich dann natürlich in seiner Privatsphäre wirklich gestört. Da ist jemand in sein eigenes Haus vielleicht in die Wohnung eingedrungen. Und das ist was ganz Schreckliches. Und deshalb kann ich jedem nur raten, dann auch seine eigene Wohnung, sein Heim abzusichern. Das ist einfach mal so ein ungutes Gefühl, was man ab und zu hat. Dass man denkt, jetzt mal gucken, was zu Hause los ist, ob da alles in Ordnung ist. Das können natürlich auch mal so die Kleinigkeiten sein. Habe ich vielleicht das Fenster auch zugemacht? Ist vielleicht auch die Kaffeemaschine aus? Das können ja wirklich auch so Kleinigkeiten sein. Und da zeigen wir Ihnen heute die besten Überwachungskameras. Wir haben kleine Möglichkeiten. Wir haben auch dann die großen Überwachungssysteme. Und dazu ist mein Experte hier bei mir im Studio, der Lutz. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Tolle Produkte, die wir haben. Es gibt wirklich tolle Sachen heutzutage mit einer Riesentechnik zum ganz kleinen Preis. Und dann gibt es natürlich auch super Überwachungssysteme. Selbst die kann man sich schon zum kleinen Preis und mit ganz einfacher Installation heutzutage nach Hause holen. Das hat mich so begeistert wirklich. Ja, so sieht es aus, Kathi. Also, liebe Zuschauer, es ist tatsächlich so. Gerade in der dunklen Jahreszeit, die wir jetzt haben, muss man natürlich wachsam sein. Das ist natürlich die ideale Gelegenheit für, sagen wir mal, diejenigen, die da vielleicht nichts Gutes im Schilde führen. Und hier unser erstes Produkt, unsere Panorama-Überwachungskamera ist das beste Beispiel, wie einfach das ist, etwas dagegen zu unternehmen. Und vor allen Dingen auch, wie erschwinglich, wie günstig. Sie sehen es hier, 66,41 Euro für ein technisches Wunderwerk in meinen Augen. Weil zum einen, Sie haben es gesehen, das ist klein, formschön, so ein kleines UFO, fällt überhaupt nicht auf. Kann man super leicht installieren, an die Wand, an die Decke, weil die verbindet sich per wireless LAN mit Ihrem Heimnetzwerk. Also, da müssen Sie keine Netzwerkkabel oder sowas verlegen. Und Sie sehen hier auch gleich die zugehörige App. Die gibt es natürlich auch kostenlos, jeweils im App Store, pardon, von Android oder von iOS, also für die iPhones und Co. Und dann haben Sie dieses 360-Grad-Bild und dann können Sie schwenken. Sie sehen wirklich jedes Detail des Raums. Und nicht zuletzt, man kann dann auch, Sie haben es gerade vorhin im Zuspieler gesehen, man kann da auch hineinzoomen und sagen, Moment, was ist denn das da hinten in der Ecke? Oder, Kathi, wie du sagtest gerade eben mit dem Fenster, habe ich das denn zugemacht? Das kann man ja dann auf den ersten Blick gar nicht vielleicht beurteilen. Da zoopt man dann einfach ran. Und das Ganze natürlich in Echtzeit, liebe Zuschauer, das ist jetzt keine Aufzeichnung, Sie greifen in Echtzeit über das Internet mit dieser App auf Ihre Kamera zu, die wiederum per Wireless LAN mit dem Internet, mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist. Und damit haben Sie jederzeit von jedem Ort auf der Welt die Möglichkeit, bei sich zu Hause mal vorbeizuschauen und zu sehen, ob da so alles auch wirklich in Ordnung ist. Denn du hast es ja schon gesagt, das ist ja ein ganz ungutes Gefühl, wenn man da irgendwie so mal was hatte in der Richtung. Man braucht einfach das Gefühl der Sicherheit und der Kontrolle. Ja, gerade wenn Sie vielleicht jetzt auch einen Urlaub geplant haben, dann im Urlaub sind. Bei uns war das halt so, wir waren im Urlaub. Bei uns wurde zum Beispiel eingebrochen, während wir im Urlaub waren. Und wir hatten dann auch den Nachbarn Bescheid gesagt, dass die halt ab und zu mal rüber gehen, Blumen gießen und so weiter. Aber da sind halt die Einbrecher dann auch gekommen, scheinbar wohl nachts auch, sind dann ins Haus rein und sind dann durchs gesamte Haus, haben alles durchwühlt, haben auch die Schränke alle umgekrempelt und so weiter. Das sah da drin aus, ganz, ganz furchtbar. Und dann mussten wir halt auch den Urlaub abbrechen. Dann hat uns die Polizei angerufen, mussten aus dem Urlaub zurückkommen. Und dann sind wir in dieses Haus reingekommen. Das war so furchtbar. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist was ganz Schreckliches. Deshalb, das wünsche ich keinem. Wenn Sie irgendwie schon gehört haben, dass bei Ihnen in der Region irgendwie solche Sachen passieren oder so, sichern Sie Ihr eigenes Grundstück. Sichern Sie bitte auch Ihr Haus ab. Wenn Sie da so ein ungutes Gefühl haben, wenn Sie sagen, hier sind vielleicht auch manchmal so Leute in der Nachbarschaft. Man hört das ja auch immer. Diese Banden, Kundschaften natürlich dann auch die Gebiete aus. Die gucken natürlich auch, welche Häuser sind vielleicht gerade unbewohnt. Und wo gehen die Leute dann vielleicht auch in den Urlaub? Wo steht vielleicht lange kein Auto vor der Tür oder ist vielleicht mal kein Licht angeschaltet? Ja, dann brechen die dann halt da auch ein. Und deshalb sichern Sie Ihr Haus ab. Und wenn Sie so ein ungutes Gefühl haben, können Sie hier von egal, wo Sie sind, immer auf Ihre Bilder in Ihrem Zuhause zugreifen. Und Lutz hat es ja gerade auch gesagt, mit Bewegungserkennung. Also wenn jetzt da jemand in Ihre Wohnung reinkommt, dann registriert diese kleine Kamera das automatisch. Und dann kriegen Sie sofort auf Ihrem Handy eine Benachrichtigung, wo dann gesagt wird, Achtung, da ist jetzt jemand in deiner Wohnung. Dann können Sie sofort die Polizei rufen. Und dann werden die auch vielleicht sogar noch geschnappt. Das finde ich hier so gut. Ganz genau. Weil Sie können natürlich auch Aufzeichnungen machen, sogar auch direkt auf dem Gerät. Also da gibt es hinten einen kleinen Slot für Micro-SD-Karten, so wie Sie es als Speicherkarte von Ihrem Smartphone her kennen. Die werden bis zu 64 GB unterstützt. Das ist natürlich optional, müssen Sie nicht, aber können Sie. Und hier sehen Sie gerade auch noch mal diese tolle App im Einsatz. Die finde ich ja schon mal faszinierend, weil die ist so typisch, ja so selbsterklärend. Da braucht man nicht irgendwie Bedienungsanleitungen lesen. Man versteht sofort, wie die funktioniert, weil sie einfach nativ, weil sie einfach ist, weil sie intuitiv ist. Und da haben Sie dann wirklich überall die Möglichkeit, diesen Raum, in dem Sie die Kamera installiert haben, ohne toten Winkel, ohne tote Ecke zu kontrollieren. Von A bis Z, von oben bis unten, in jedem Winkel können Sie das Ganze dann einsehen. Und das ist, wie gesagt, denkbar einfach installiert. Dank Wireless LAN, dank dieser drahtlosen Anbindung an Ihr Heimnetzwerk und damit ans Internet. Vor allen Dingen, aber das finde ich jetzt auch noch sehr, sehr clever ist, dass man auch gleichzeitig noch ein Mikrofon und einen Lautsprecher eingebaut hat. Das heißt, Sie können dann auch noch kommunizieren. Jetzt natürlich nicht, wenn es ein Einbrecher ist, aber es gibt ja auch so viele andere Anwendungsfälle, wo sowas mal eintreten kann. Also wenn jetzt beispielsweise, oder wie du sagtest, mit den Nachbarn, die da Blumen gießen sollen. Und jetzt kriegst du über Bewegungserkennung, kriegst du die Info auf deine App, auf dein Smartphone. Guck mal hier, da tut sich was. Du guckst und siehst, ach guck mal, die Nachbarn gießen gerade die Blumen. Wunderbar. Dann kannst du sogar da reinsprechen und sagen, oh super, vielen lieben Dank. Ach und was ich ganz vergessen habe, bitte mach doch da hinten noch das Fenster zu oder sonst irgendwie Bügeleisen ausschalten oder was es auch ist. Also du kannst direkt dann kommunizieren, die hören dich und können dir auch gleich antworten, weil ja ein Mikrofon drin ist. Und dann sagen die, ja, ja, alles klar, ist in Ordnung, habe ich verstanden, mache ich. Das ist traumhaft. Also wenn ich zum Beispiel auch die Kinder theoretisch alleine zu Hause lassen würde. Ja, oder sowas. Und wenn die alt genug selbstverständlich sind und die dann aber gesagt bekommen haben, sie sollen um 20 Uhr ins Bett gehen. Und ich sehe dann vielleicht auf meinem Smartphone, oh, es ist jetzt schon 20.30 Uhr, die sitzen da immer noch im Wohnzimmer. Dann könnte ich da auch einfach reinsprechen und sagen, hallo, es ist schon 20.30 Uhr, ihr solltet schon seit einer halben Stunde im Bett sein. Das hatten wir so vereinbart. Und dann können die auch sagen, oh ja, Entschuldigung, wir gehen jetzt gleich ins Bett. Mami sieht alles. Ja, genau, das ist wirklich eine clemere Sache. Vor allem auch Dunkelheit hilft da ja nichts, so von wegen Licht auslassen, weil wir haben ja, wie gesagt, auch Nachtsicht hier. Also ganz faszinierend dieses Produkt zu einem sensationellen Preis, wie ich finde. Von daher bitte jetzt unbedingt anrufen und sofort bestellen. 66,41 Euro hier der Preis für diese tolle IP-Panorama-Überwachungskamera mit der 360-Grad-Rundumsicht und auch Nachtsicht. Und fantastisch, für ganz kleinen Preis bekommen Sie hier einen Riesenhelfer nach Hause, der Ihnen ganz viel Sicherheit bringt. Weil Sicherheit ist da wirklich ganz wichtig. Man möchte ein beruhigtes Gefühl haben, man möchte natürlich sich auch sicher fühlen, gerade in den eigenen vier Wänden. Ich meine, das ist Ihr Zuhause, ja. Und dann muss es Ihnen gut gehen, dann müssen Sie sicher sein. Deshalb hier bitte zugreifen für kleines Geld. 66,41 Euro, die NX 43,45, 569. Die Kollegen im Callcenter sind da für Ihre Bestellung. Da einfach anrufen, 0180 51 51, dreimal die zwei. Wenn Sie jetzt sagen, oh, ich habe aber mehrere Räume, ich habe vielleicht auch einen Eingangsbereich und ich möchte vielleicht auch im Außenbereich etwas überwachen. Vielleicht eine Einfahrt, eine Garage, hinten einen Hof, vielleicht auch einen Gartenbereich. Dann haben wir hier jetzt ein richtiges Überwachungssystem für Sie, dass man außen wie auch innen einsetzen kann. Und da sind jetzt vier Kameras mit direkt dabei. Genau, das sind diese vier Kameras. Die haben wir jetzt für Sie einfach mal hier auf dieses Brett montiert, damit Sie es übersichtlich haben. Aber die kämen bei Ihnen jetzt, sagen wir mal, vors Haus, hinters Haus, an die Garage und an den Kellereingang oder irgendwo auch immer. Also Sie können diese vier Kameras, die kommen hier im Set zusammen mit dieser Basisstation hier. Und sogar die Maus gehört noch komplett dazu. Und das ist denkbar einfach installiert. Sie sehen es gerade hier, man montiert die einmal und dann brauchen die einmal den Stromanschluss. Und das war es auch schon, weil die verbinden sich auch hier wieder per Funk mit ihrer Basisstation. Das heißt, die brauchen wirklich nur einen Stromanschluss. Richtig. Einfach nur einen Stromanschluss und dann verbinden die sich automatisch per Funk. Und dann brauche ich einen Monitor. Genau, du brauchst noch einen Monitor, um das Ergebnis zu sehen. Aber das System arbeitet natürlich erstmal autark. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis, beispielhaft. Also wir haben unsere vier Kameras montiert. Die funken jetzt auch wirklich mit einer Reichweite von bis zu 250 Meter. Also es ist auch für größere Grundstücke absolut geeignet. An die Zentrale und da an dieser Zentrale schließt du dann deinen Monitor an. Und das kann jeder Monitor sein? Exakt, exakt. Das kann ein Monitor, wie jetzt hier im Büro zum Beispiel sein, ein PC-Monitor. Also du hast einen VGA-Anschluss hinten dran. Es kann aber auch, liebe Zuschauer, einfach ihr Fernseher sein. Da gibt es auch einen HDMI-Anschluss. Und die klassischen Fernseher heutzutage, die haben ja seit Ewigkeiten da schon diesen HDMI. Das ist der Standard. Und dann könnten Sie sich beispielsweise abends zu Hause, wenn Sie jetzt da gerade sitzen und gemütlich per LTV gucken und sagen, da habe ich doch irgendwas gehört da hinten. Was war denn das? Und dann müssen Sie nicht raus und aufstehen ins Dunkle und ins Kalte, sondern Sie schalten einfach auf Ihrem Fernseher um und sehen dann so ein Bild hier beispielsweise. Alle vier Kameras gleichzeitig auf einen Blick. Und vor allen Dingen, es ist so praktisch, weil erstens, sobald eine Kamera eine Bewegung registriert, schalten sich alle vier ein, die Aufnahmestarter doch automatisch. Und Sie sehen auch hier alle vier Kameras. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz hier rum, weil ich Ihnen mal zeigen möchte, wie das hier funktioniert. Sie sehen auch, da hat Kati gerade die Hand drüber gehalten. Hier sehen wir unseren Kameramann. Hallo, Kati. Hallo. So, also hier hat man den Überblick und dann haben wir, ich merke nur gerade, ich bin auf der falschen Seite. Tschönen liebe Zuschauer. Ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen drauf. Sie sehen hier die Maus und dann klickt man einmal hier doppelt an. So, zack. Und dann haben Sie dieses Bild jetzt hier groß. Sie sehen live gerade, über dieses Produkt reden wir 189, 91. Hallo, das ist der Philipp gewesen, unser Kameramann gerade an Kamera 4. Ist das nicht toll? Dann kriegen Sie den auch mal zu Gesicht. Genau. Super, oder? Und dann wieder Doppelklick zurück oder hier Rechtsklick. Da sehen Sie auch nochmal, was es alles mögliche noch an Einstellungen gibt. Das ist wirklich ein professionelles System, wo Sie wirklich alles nochmal konfigurieren können nach Ihren eigenen Ansprüchen. Ja, und dann klickt man einfach woanders wieder hin und dann sind wir wieder hier in unserem Übersichtsbild. Also es ist denkbar einfach, aber auch denkbar professionell, weil Sie eben diese vier Kameras haben, diese vier, vor allen Dingen auch mit Nachtsicht, das muss man ja auch vielleicht nochmal sagen. Sie sehen das vielleicht hier auch schon. Diese drei LEDs, das sind leistungsstarke Infrarot-LEDs. Bis zu 25 Meter Nachtsicht hier, das ist gigantisch. Also da kann sich auch keiner hinter einem Busch verstecken oder sowas. Sie haben alles im Blick, wie gesagt, ein professionelles System, aber dank dieser Antennen hier und hier sehen Sie das Gegenstück an der Basisstation, die hat auch nochmal zwei Antennen, alles per Funk. Also das ist wirklich traumhaft, wie ich finde, zum Spitzenpreis und wo man früher einen Techniker, einen Fachmann hätte kommen lassen müssen, der mit Sicherheit ein paar hundert Euro, wenn nicht mehr, genommen hätte, allein fürs Installieren. Machen Sie das jetzt ganz einfach selbst für 189,91 Euro. Das ist doch klasse, oder? 189,91 Euro. Und Sie haben hier die Basisstation mit dabei, Sie haben dann die vier Kameras mit dabei und das verbindet sich alles automatisch per Funk, ja? Ja. Einfach die Kameras, jeweils natürlich mit dem Stromanschluss, irgendwo installieren, wo Sie die haben möchten. Dann verbindet sich das automatisch per Funk und dann schließen Sie hier dieses Hauptsystem an einen Monitor Ihrer Wahl an. Sie können sogar an Ihren Fernseher anschließen und dann können Sie auf dem Fernseher immer sehen, was die Kameras gerade ja aufnehmen, was sie gerade einfangen. Das ist wirklich eine Sensation, finde ich super einfach. Vor allem für 189,91 Euro, wie du gerade gesagt hast, Lutz, normalerweise denkt man, so ein Überwachungssystem mit vier von diesen genialen Kameras, in der Qualität auch, das müsste ein Vermögen kosten, ja? Da hätte ich gedacht, viele tausend Euro normalerweise. Und wir haben so viele Kunden, die so begeistert sind schon, da hat uns ein Kunde geschrieben, er übernimmt das auch zur Überwachung, natürlich auch im gewerblichen Bereich, für einen Getränkemarkt, ist er total begeistert. Ich sage ja, das ist ein professionelles System. Genau, ein professionelles System. Und natürlich dann auch gerade, wenn man ein Haus hat, mit auch im Außenbereich, man möchte vielleicht einen Eingangsbereich überwachen, dann vielleicht einen Hof, eine Einfahrt auch, vielleicht hinten auch ein Grundstück, das ein bisschen dunkler ist, wo halt wirklich in der Nachbarschaft schon ein bisschen was passiert ist, wo man schon was gehört hat oder so, wo man Sicherheit einfach braucht und man sagt, mir ist das nicht so ganz geheuer. Ich möchte da einfach sehen, was auch passiert. Gerade wenn da auch mal so Leute rumschleichen und man sagt, nee, ich möchte jetzt auch von meinem Schlafzimmer, Wohnzimmer, meinem Arbeitszimmer einfach mit meinem Fernsehmonitor, mit meinem PC-Monitor immer sehen, jederzeit was die Kameras sehen. Dann können Sie sich dieses System für 189,91 Euro nach Hause holen. Das ist doch ein Knaller. Also das ist wirklich phänomenal. Ich bin da so begeistert von, dass das jetzt so einfach möglich ist und dass sich das jeder auch so leicht nach Hause holen kann. Das ist Visortec-Qualität. Ich muss da nochmal drauf hinweisen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und dass wir das jetzt hier so günstig auch anbieten können. Deshalb, wenn Sie da schon mal so ein Gefühl hatten, wenn Sie sagen, jetzt wird es Zeit, greifen Sie zu NX 4369 569. Das kann ich wirklich nur nochmal unterstreichen. Das ist wirklich ein extrem geringer Preis für so ein professionelles System. Weil ich muss nochmal kurz auf die Basis zu sprechen kommen. Die ist schon mal so an sich natürlich ein Hit, weil sie eben sich per Funk verbinden kann mit einer großen Reichweite, wie gesagt, bis zu 250 Meter hier. Sie können selbstverständlich aber auch, das sei nochmal explizit gesagt, das ist selbstverständlich, aber trotzdem, ich will es gesagt haben, sich natürlich auch das Ganze aufzeichnen lassen. Sie können ja beispielsweise auch eine Festplatte von bis zu 4 Terabyte verbauen. Das heißt, Sie haben gigantische Kapazitäten, weil gerade weil du sagtest, so Getränkemarkt, in diesem Bürobereich vielleicht, dass man da auch sagt, ich muss das irgendwie dokumentieren aus versicherungstechnischen Gründen, wie auch immer. Da kann man dann wochen, wenn nicht sogar Monate das Ganze dokumentieren. Du kannst hinten sogar auch nochmal zusätzlich anschließend weitere Geräte, beispielsweise für ein Backup. Es gibt eine App, Sie können sich auch per Browser vom anderen Ende der Welt einloggen und mal eben natürlich auch zu Hause nachgucken, was ist denn da los. Und wie gesagt, alles wird automatisch dokumentiert. Sobald eine Kamera irgendeine Bewegung erkennt, starten alle vier. Hier startet auf Wunsch auch die Aufzeichnung, Sie haben es dokumentiert. Wie gesagt, ein professionelles System hier mit bis zu 25 Metern Nachtsicht auch. Das ist wirklich extrem leistungsstark, weil Sie können alles gleichzeitig. Selbst während ein Backup läuft, können Sie per Browser, per App zugreifen, können Sie die Wiedergabe sich irgendwas ansehen und gleichzeitig wird trotzdem aufgenommen. Also es wird auch leistungsstark, diese Basisstation, dass es nicht heißt, entweder oder. Sie machen einfach alles gleichzeitig, alles, was erforderlich ist. Wirklich extrem einfach einzurichten, diese Anlage hier. Da kann ich wirklich nur zu raten, falls man da irgendwie wie du, Kati, auch, dass man da gesagt hat, ich habe da mal so eine schlechte Erfahrung gemacht oder gehört bei den Nachbarn, war da was. Das ist hier einfach die ideale Lösung dafür. Ja, einfach einzurichten. Sie haben es gehört, das verbindet sich alles automatisch per Funk. Sie müssen da keine Angst haben. Also hier keine komplizierte Installation. Selbst der Zugriff über das Internet ist in wenigen Minuten eingerichtet. Deshalb greifen Sie hierzu für 189,91 Euro ein Top-Produkt hier bei uns. Und Sie haben es gerade gehört, selbst wenn Sie da Aufnahmen machen möchten, da wirklich auch Sachen dokumentieren möchten vielleicht über einen längeren Zeitraum, dann können Sie ja noch diese Festplatte verbauen, bis zu 4 Terabyte in dieser Basisstation. Dann können Sie auch Sachen langfristig aufbauen. Falls Sie da noch Interesse an einer Festplatte haben, bis zu 4 Terabyte, dann fragen Sie einfach die Kollegen im Callcenter. Wir haben natürlich auch solche Festplatten für Sie im Sortiment. Aber bitte dann gleich durchklingeln unter der 0180 51 51 3 mal die 2 und hier dieses tolle Überwachungssystem bestellen. NX 43 69 569. Weil ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Man hat immer dieses ungute Gefühl. Ich habe es ja gerade erzählt, bei uns wurde da eingebrochen. Und wenn man das wirklich einmal erlebt hat, wie schlimm sowas ist, wenn da wirklich dann die Sachen gestohlen worden sind. Fast schon Trauma, kann ich mir vorstellen. Ich habe Gott sei Dank immer Glück gehabt, aber ich stelle mir das schlimm vor. Das Schlimmste ist dann auch nicht mal der Verlust der Sachen, sondern dass da wirklich jemand in seiner eigenen Privatsphäre war. Wenn bei Ihnen schon mal eingebrochen ist, wissen Sie, glaube ich, wie das war. Aber da hat jemand in seinem Schlafzimmer rumgewühlt. Da hat jemand das Bett durchwühlt, die Schränke durchwühlt, alles aufgemacht. Vielleicht noch die Matratzen zerschnitten zum Beispiel. Er hat ja in jedem Schrank gewühlt, hat das gute Geschirr rausgeräumt, auf dem Boden zerschmettert und war da wirklich in jeder Ecke von dem Raum. Dann kommen noch die Polizisten, die überall Fingerabdrücke nehmen. Dann ist überall diese schwarze Pulver. Dann denkt man sich auch, man fühlt sich in seinen eigenen vier Wänden dann nicht mehr wohl. Und dann hat man auch immer wieder die Angst, dass natürlich jemand kommt. Und wenn man da wirklich dann zu Hause ist und dann hört man nur das kleinste Geräusch irgendwo, draußen geht ein Licht an oder so, selbst wenn es Nachbars Katze ist. Man hat jedes Mal immer wieder diese Angst und denkt sich, was war da gerade? Und da muss man natürlich sagen, das ist so ein System, wenn du diese Kameras draußen hast und gleich auch so viele so professionelle, das wirkt ja auch schon mal abschreckend. Wenn da irgendjemand da schon guckt und sieht, dann sagt er schon, oh, nee, nee, da gehen wir lieber einen, will ich jetzt auch nicht sagen, toll, toll, toll. Aber Sie wissen, was ich meine. Also bei Ihnen ist dann Ruhe. Ja, genau. Präventiv, abschrecken natürlich, weil wo Kameras sind, da passiert dann meistens kein Einbruch, weil die Liebe haben natürlich auch Angst, dann da auf Bildern festgehalten zu werden. Natürlich, ja. 189,91 Euro, dieses tolle Überwachungssystem hier für Sie. Vier Kameras mit dabei, die Basisstation, alles komplett, 189,91 Euro. Kommt übrigens versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause, deshalb hier gleich zugreifen. Ist innerhalb von zwei bis drei Werktagen dann auch bei Ihnen, NX 43 69 569. Können Sie jetzt telefonisch bestellen oder auch online unter www.pearl.tv. Auch dort bekommen Sie jetzt den tollen TV-Sonderpreis. Also wirklich ein ganz tolles System, vor allem mit dieser einfachen Plug and Play, also einfache Funkübertragung dann auch. Und wir fassen nochmal für Sie zusammen, wenn Sie dann für Ihre eigenen vier Wände, auch für den Innenbereich eine tolle Überwachungskamera suchen, für ganz kleines Geld mit 360 Grad rund um sich, die in fantastische 360 Grad Bilder liefert, dann empfehlen wir unsere IP-Panorama-Überwachungskamera für 66,41 Euro. Die NX 43 45 569 ist da Ihre Bestellnummer. Die ist einfach traumhaft, wie ich finde. Sowas Einfaches per Wireless LAN, drahtlos mit dem Internet verbunden. Sie haben jederzeit Zugriff auf die Bilder in Ihrem Haus, ganz einfach über diese App. Und vor allen Dingen, natürlich gibt es sie auch sowohl für Android als auch für iOS, also für iPhone und Co. Weltweit haben Sie da Zugriff und Sie können sogar im Fall des Falles kommunizieren, dank Zwei-Wege-Kommunikation und dank Micro-SD-Karte sogar auch noch die Aufnahmen direkt im Gerät speichern. Denkbar einfach installiert, weil wie gesagt, drahtlos, per Funk verbunden. Ganz tolles System, wie ich finde. Ja, oder wenn Sie sagen, ich muss aber auch den Außenbereich absichern, ich brauche da wirklich ordentliche Kameras, so ein richtiges Überwachungssystem, dann hier unser ganz einfach zu installierendes Funküberwachungssystem mit den vier Kameras, mit der Basisstation, das Sie dann einfach an Ihrem Monitor Ihrer Wahl, kann auch Ihr Fernsehermonitor anschließen, koppelt sich alles automatisch. 189,91 Euro, versandkostenfrei innerhalb von zwei bis drei Werktagen bei Ihnen. Die NX 4369 569, die Bestellnummer. Da bin ich wirklich absolut von begeistert. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich wirklich mit einem Preis von bestimmt 300, 400, 500 Euro gerechnet. 189,91 Euro ist ein Kracher, liebe Zuschauer, für so ein professionelles System mit vier Kameras, die Sie per Funk miteinander ganz einfach verbinden. Deswegen denkbar einfache Installation, das kann jeder. Und dann haben Sie die Basisstation mit den Kontrollfunktionen auf PC-Monitor oder Ihrem heimischen Fernseher. Einfach denkbar einfach hier zu Hause für Sicherheit wieder sorgen. Das kann natürlich auch ein Büro sein oder irgendwas Gewerbliches. Wir haben es gesagt, also das ist wirklich eine super Lösung hier, wie ich finde. Greifen Sie zu, damit Sie immer sicher sind, weil Ihre Sicherheit liegt uns natürlich auch am Herzen. Wir sind gerade in der dunklen Jahreszeit. Wir wissen, das ist auch die einbruchreichste Zeit. Da passiert leider so viel. Und da muss man sich immer so ein bisschen schützen. Und deshalb schauen Sie, dass Sie Ihr Zuhause dann auch so ein bisschen absichern, dass Sie immer sehen, dass Sie sicher sind. Und wir haben Ihnen heute zwei tolle Möglichkeiten gezeigt in unserer Top 100 Selektion. Und Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit, in die Leitung zu gehen. Einfach anrufen bei den Kollegen im Callcenter unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Bye.